Moin, ich bin Nils von SLS und heute sind wir bei der Firma Haubenauf, einem alteingesessenen Restaurationsbetrieb. Ja, bei einem unserer Probefahrten hat sich unser 380er leider so ein Steinschlag zugezogen. Natürlich wie immer direkt im Sichtbereich und das kurz vor unserem TÜV-Termin. Das heißt, heute steht der Scheibentausch an, deswegen sind wir hier im Fachbetrieb und die machen das für uns. Ja, da ist das gute Stück. Den Steinschlag hast du schon gesehen, ne? Ja, das sieht nicht so gut aus. Tragisch, nützt nichts. Scheibe haben wir mitgebracht. Kannst du mir einmal so kurz den Ablauf erklären, was ihr jetzt macht im Detail? Ja, na klar. Also wir müssen jetzt erst mal vom Innenraum aus anfangen, die ganzen Anbauteile wegzubauen. Wir müssen die Sonnenblenden wegbauen, den Spiegel wegbauen, die A-Säulenverkleidung abbauen und dann von außen den Chrom, die Wischer, dass wir erst mal an die Scheibe rankommen. Dann schneiden wir die Scheibe raus, entfernen die alten Klebereste, gucken, dass da keine Beschädigungen sind am Metall, keine Beschädigungen sind am Lack, bessern die notfalls aus und dann wird die neue Scheibe eingeklebt. Ungefährer Zeitaufwand dafür, weißt du das so einzuschätzen? Kann ich so jetzt schwer einschätzen. Müssen wir gucken, was da auf uns zukommt. Aber ein paar Stunden sind das, ne? Ein paar Stunden sind es auf jeden Fall. Ja. Also vier bis fünf Stunden kann man schon rechnen, damit das alles sach- und fachgerecht wieder zusammengebaut ist. Klasse. Ja, dann würde ich sagen, lass mal anfangen. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg, dann stehe ich nicht so da doof rum. Ja, wir haben jetzt hier die Scheibe. Das erste, was wir machen, ist, dass wir die Scheibe einmal von innen und außen putzen und prüfen, ob irgendwo kleine Risse, kleine Kratzer auf der Scheibe sind, die vielleicht beim Transport zustande gekommen sind. Weil wenn man die jetzt einbaut und hinterher feststellt, oh, jetzt habe ich im Sichtbereich zwar keinen Steinschlag mehr, aber ein Riss, das wäre ärgerlich. Ja, ich mache das Ganze mit Dimitri zusammen. Dimitri hat das schon öfter gemacht beim 107er und der wird sich dem Ganzen heute widmen. Also innen sind wir jetzt soweit fertig. Und jetzt kommt der trickige Teil mit den Verstärken, mit den versteckten Schrauben. Die sind nämlich alle unter dieser Gummidichtung versteckt. Da, wo die Scheibe jetzt gerade rausgeschnitten ist, kann man feststellen, ob die Scheibe noch auf die alte Art eingeklebt wurde, sprich mit einem Kupferdraht, was man erhitzen kann zum Ein- und Ausbauerleichterung, oder auf die neue Art, wo es einfach schon direkt verklebt ist. Und hier auf den ersten Blick kann man sehen, dass es schon auf die neue Art eingeklebt ist. Das heißt, wir müssen sie rausschneiden. Und das machen wir jetzt direkt. Das ist was anderes. Die haben hier was anderes verwendet. Ja, das ist, da ist kein Kupferdraht drin. Da ist aber auch kein Scheibenkleber, sondern Scheibendichtmasse. Weil ich kann normalerweise, wenn die Scheibe eingeklebt ist, kann ich durch den Kleber nicht mit einem Schraubenzieher einfach reinpiksen und komplett durchgehen. In diesem Fall kann ich aber. Das heißt, die gesamte Scheibe konnte man immer reindrücken. Also vom Wind wurde sie auch permanent immer reingedrückt und hat sich immer weiter dann reingesetzt. Schön. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das auch mit rausschneiden funktionieren will. Weil der Kleber, das ist ja so eine Art Dichtmasse, die verschließt sich sofort wieder. Wenn man das einmal durchgeschnitten hat, wird sie wieder haften. Also normalerweise kann ich Scheibenkleber nicht so abkuhlen. Abkuhlen. So. 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 Wir müssen jetzt alles blank machen, dass das Metall schön sauber ist, worauf wir dann primern können. Also nicht Metall, sondern der Lack schön sauber, dann primern wir das und tragen Scheibenkleber auf. Und das alles darf überhaupt nicht dazwischen sein. Wir haben jetzt die Klebefläche wieder frei bekommen, auch entfettet und von Kleberesten befreit. Der nächste Schritt ist, dass wir Primer auftragen. Das ist so eine Art Haftvermittler, damit der Scheibenkleber viel besser auf der Oberfläche haftet. Okay. 14. H Reverbando den Fremsslager auf Druck. 15. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben und mitere Anfeuerung auf die Befestigungsschrauben. 16. Ziehen Sie den Befestigungsschrauben mit Fremsschrauben an. Wir sind fertig mit der Arbeit. Die Scheibe ist drin, aber der Wagen bleibt trotzdem bei uns, weil dann noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden müssen. Das war's für heute. Ciao! Das hier sind die alten Stabilage. Das Auto irgendwie einseitig begrenzt hat. Wir konnten uns das auch noch nicht ganz erklären. Geil, Geil, Geil! Geil, Geil! Geil, Geil, Geil! Du bist hier und du bist hier. Vielen Dank.